Musik Am Samstagnachmittag gegen 18 Uhr führte ein 43-jähriger Anwohner der Fahrstraße in Kreuztal Gartenarbeiten durch. Er versuchte mittels eines Gasbrenners Unkraut zu verbrennen. Dadurch entwickelte sich ein unkontrollierter Brand, der auf eine angrenzende Hausfassade übergriff. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von 50.000 Euro.